Julian, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche. Ich hatte den Eindruck, ich muss es loswerden. Also nur per Augenschein würde ich dem Kanzler eine medizinische Untersuchung anraten. Der so neben sich und der Wirklichkeit lebt. Olaf Scholz hat sich in seine vollkommen eigene Welt zurückgezogen. Das, was Olaf Scholz da verkündet, dass es ein signifikantes Maßnahmenpaket gibt, was Migration in irgendeiner Weise begrenzt hätte. Das stimmt nicht. Das existiert einfach nicht. Olaf Scholz ist inzwischen in seiner eigenen Welt. Wer kann es ihm verdenken bei Zustimmungswerten von 0 Prozent? 0 Prozent! 0 Prozent der Deutschen wünschen sich noch die Ampelkoalition. Natürlich neigt man in einer solchen Situation, wenn man schwarz auf weiß von den eigentlich Verbündeten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens präsentiert bekommt, im Deutschlandrend. Schau mal Olaf, hier ist deine Koalition, da steht Ampel und dahinter steht eine Null. Und dann habe ich noch 0 Prozent Wachstum. Olaf Scholz, der Doppel-Null-Agent der Bundesregierung, das schafft sonst nur James Bond. 0 Wachstum und 0 Prozent Zustimmung. Natürlich neigt man dann dazu, sich in den Bunker zurückzuziehen, in den gedanklichen, geistigen Bunker. Das Problem ist nur, er ist beschützt in diesem Bunker von bewaffneten BKA-Leuten, von gepanzerten Limousinen und so weiter. Die Menschen im Land sind es einfach nicht. Und auf die Menschen im Land drückt dieser Migrationsdruck ein und wir erleben jeden Tag sexuelle Übergriffe, Messerübergriffe und so weiter und so fort. Und Olaf Scholz versucht es wegzudrücken. Noch zwei kleine Punkte. Olaf Scholz war dermaßen dünnhäutig in diesem Interview und hat die Kollegin vom ZDF so oft angefahren, dass ich ihn nur noch Olaf Motz nenne, Bundeskanzler Olaf Motz. Weil immer eine kritische, ja das liegt auch an ihren kritischen Fragen, dass die Lage so schlecht ist. Und der dritte Punkt, muss man aber auch sagen, leichte Kritik am ZDF. Wisst ihr, ich habe es nämlich mit der Hand gestoppt, wann bei einem 20-minütigen Interview die erste Frage zum Thema Migration kam? Oh, ganz hinten. 1356. Nachdem man über Brandenburg und Woidke und wie es in der Uckermark läuft gesprochen hatte, da kam dann die erste Frage zum Thema Migration. Und sie lautete nicht etwa, wie normale Menschen sie fragen würden, stellen würden. Herr Bundeskanzler, was tun Sie, um unser Leben zu beschützen? Sie lautete, ja die Opposition treibt sie ganz schön vor sich her. Merz hat da Dinge gefordert, die sie noch nicht. Geraten Sie da. Das ist mir doch vollkommen egal, ob die Opposition. Ich möchte einfach nur, dass diese verdammten Grenzen beschützt werden.